Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video möchte ich einmal sprechen über das Thema Traffic und Conversion bezogen auf Facebook Werbeanzeigen und da habe ich einen sehr großen Trugschluss festgestellt, etwas was ich lange Zeit geglaubt habe, was ich auch immer wieder bei anderen Videos höre und da habe ich jetzt festgestellt, dass es eben nicht so ist bzw. habe einen Weg für mich gefunden, der besser funktioniert und das wollte ich einmal gerne mit euch teilen, deswegen lasst uns mal loslegen. So, bevor wir gleich uns das Ganze in meinem Facebook Werbeanzeigenkonto ansehen, wollte ich euch einmal kurz erklären oder für die, die es nicht wissen, was genau eine Conversion und was eine Traffic-Anzeige ist und wir fangen einmal an mit der Conversion-Anzeige und hier ist es so, dass du ja in der Regel mit deiner Werbeanzeige immer ein Ziel hast, also meistens ist es zum Beispiel so, dass du sagst, okay, ich möchte die Person mit der Anzeige auf meine Landingpage leiten, also jemand klickt auf die Anzeige und landet dann auf deine Landingpage, was dann zum Beispiel eine Opt-in-Page ist, also das heißt eine Seite, wo die Leute sich mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen können und wenn sie ihre E-Mail-Adresse eingetragen haben, dann landen sie auf eine Danke-Seite, beziehungsweise nachdem sie ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben. Das heißt, da du ja möchtest, dass die Personen ihre E-Mail-Adresse eingeben, ist quasi die Danke-Seite die Seite, die die Personen sehen, zu Gesicht bekommen, nachdem sie sich eingetragen haben. Also kannst du in der Kampagne, bei deiner Facebook-Kampagne ganz am Anfang als Ziel eingeben, als Kampagnenziel, das Ziel Conversion. Das heißt, du sagst Facebook quasi, also ich möchte gerne Personen erreichen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dieser Seite hier kommen, weil die sich ja dann eben mit der E-Mail-Adresse eingetragen haben, um hier auf dieser Seite zu landen. Das ist das Conversion-Ziel. Und in der Regel ist es so, dass man halt, ja wie gesagt, wenn man möchte, dass sich Personen auf der Seite eintragen, dann nimmt man eine Conversion-Anzeige und nimmt eben die Danke-Seite als Conversion-Ziel. Bei einer Traffic-Anzeige ist es eher so, dass Facebook viele Personen, also möglichst viel Traffic auf deine Anzeige schickt. Das heißt, möglichst viele Personen, Facebook spielt das Ganze so aus, dass möglichst viele Personen auf deine Anzeige klicken und eben dann auf deiner Landingpage landen. Facebook weiß aber nichts davon, dass du da quasi als Ziel hast, dass die Personen sich eintragen. Deswegen ist es in der Regel so, dass man eine Traffic-Anzeige schaltet, um möglicherweise möglichst viele Interaktionen zu haben, um möglichst viele Klicks zu haben auf deiner Anzeige und demnach auch günstige Klicks. Wohingegen, wie gesagt, bei der Conversion-Anzeige, da sind es eher weniger Personen. Das heißt, Facebook am Ende landen viel weniger Personen auf seiner Seite, beziehungsweise es klicken weniger Personen, weil Facebook vorher ganz genau guckt, okay, wer wird denn mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn er auf die Werbeanzeige klickt, sich eben hier eintragen, sodass er zum Conversion-Ziel gelangt, also der Danke-Seite. Facebook weiß aber auch nicht ganz genau. Am Ende ist es auch eine Vermutung von Facebook, welche Personen anhand ihres Interessenprofils am wahrscheinlichsten, wenn sie auf der Landingpage sind, sich eintragen, damit sie auf dieser Seite landen. Aber dadurch werden hier halt quasi weniger Personen auf deine Anzeige geleitet, beziehungsweise weniger Personen klicken. Und dadurch, das habt ihr dann vielleicht schon mal festgestellt, sind auch die Klickpreise höher. Wohingegen hier die Klickpreise viel niedriger sind, weil Facebook gar nicht erst filtert und guckt, okay, wer wird denn mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Anzeige klicken und guckt sich die Person genauer an. Hier schickt Facebook nur möglichst viel Traffic auf deine Anzeige, dass viel Interaktion auf deine Anzeige sind. So, jetzt ist dann natürlich die Frage, okay, warum schalte ich dann überhaupt Traffic-Anzeigen oder warum werden Traffic-Anzeigen geschaltet? Und was ich immer in vielen Anleitungen und so sehe und auch schon selber probiert habe, beziehungsweise festgestellt habe, ist, der Sinn, möglichst viele Personen per Traffic auf deine Anzeige zu schalten, ist folgender. Und zwar die Zielgruppe, die du ganz am Anfang einer Kampagne auswählst, ist da interessensbasiert. Das heißt, du sagst, die Zielgruppe interessiert sich für Hundetraining, ist zwischen 30 und 45 Jahre alt, ist weiblich, männlich oder beides und du legst ja quasi durch die Zielgruppentargetierung fest, welche Personen deine Anzeige sehen sollen. So, und die nächste Stufe quasi von der Zielgruppen, von der interessensbasierten Zielgruppe ist eine Custom Audience. Das heißt, sobald mehr als 100 Personen auf dieser Seite waren, auf der Opt-in-Seite, kannst du Facebook sagen, okay, diese 100 Personen, die ja definitiv hier drauf waren, die auf die Anzeige geklickt haben und sich ja scheinbar für das Thema interessieren. Ab 100 Personen in deiner Custom Audience kannst du daraus bei Facebook eine Lookalike Audience erstellen. Im Grunde ist das eine, ja, noch spitzere Zielgruppe, die noch besser zu dir passt, weil Facebook sucht bei Lookalike Audiences quasi Personen, also statistische Zwillinge, das heißt Personen, die diesen 100 Personen sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Also, von den Interessen guckt Facebook, okay, diese 100 Personen interessieren sich dafür, jetzt suche ich mir, in der Regel sind das so um die 300.000, 300.000 andere Personen, die diesen Personen sehr ähnlich sind. Und davon die nächste Stufe ist natürlich, von, sage ich mal, jetzt den 100 Leuten tragen sich jetzt zum Beispiel 30 an. Das ist so, also 30 tragen sich ein mit ihrer E-Mail-Adresse, das ist ein Conversion-Wert von 30%, was so üblich ist bei E-Mail-Opt-In-Seiten. Und die 30 von diesen 100 Personen, die sich eingetragen haben, sind ja noch viel spezifischer. Das heißt, wenn man jetzt von diesen hier, sagen wir mal, dann auch 100 hat, also mindestens 100 Personen, die sich eingetragen haben und man daraus eine Lookalike Audience erstellt, ist das noch eine höhere Stufe als diese hier, weil Facebook dann 300.000 statistische Zwillinge sucht, die den Personen, die sich auch wirklich eingetragen haben, am ähnlichsten sind. Und das ist quasi dieser Audience-Aufbau, von dem man immer spricht. Das bedeutet, dass die interessensbasierte Zielgruppe ist sehr ungenau. Dann auf der zweiten Stufe, die Personen, die geklickt haben, auf der Opt-in-Seite waren, sind noch genauer. Und die Personen, die wirklich auf der Danke-Seite waren, sich den Lead-Mail-Adresse runtergeladen haben, die sind natürlich am allergenausten. Also sprich, das sind wirklich die Personen, die du ja auch erreichen willst. So, und wie gesagt, warum machen wir jetzt eine Traffic-Anzeige? Na, im Grunde haben wir ja festgestellt, also wenn man jetzt hier das Conversion-Ziel Danke-Seite hat, schickt Facebook viel weniger Personen auf deine Anzeige. Das heißt, viel weniger Personen landen auf deiner Landing-Page. Und dadurch dauert es länger, bis du diese 100 Personen hier voll hast. Hier diese, von denen du dann eine Look-alike erstellen kannst. Und dafür schaltet man in der Regel eine Traffic-Anzeige, damit eben möglichst viele Personen schon hier auf deiner Opt-in-Seite waren und Facebook möglichst schnell 100 Personen hat, die sich offensichtlich für das Thema interessieren, die bereit sind zu klicken. Und davon wollen wir ja mehrere Personen haben, damit am Ende die Klickpreise günstiger werden, der Relevance-Score hochgeht und ja, Facebook eben sagt, ah, okay, der spricht wirklich die Zielgruppe an, die sich dafür interessiert. Und deshalb machen wir die Werbeanzeige günstiger. So, jetzt habe ich aber mal einen kleinen Test gemacht. Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Und zwar habe ich eine Traffic-Anzeige geschaltet und eine Conversion-Anzeige. Aber ich habe gesagt, das Conversion-Ziel ist nicht die Danke-Seite, sondern das Conversion-Ziel ist die Landing-Page und habe diese Anzeige mit einer Traffic-Anzeige geschaltet. Das heißt, Facebook guckt jetzt nicht, welche Personen suche ich mir aus, die von ihrem Interessensprofil nach Möglichkeit auf der Landing-Page landen und sich dann noch eintragen, sondern einfach nur, dass Facebook sich die Personen aussuchen, die auf die Landing-Page landen, um zu gucken, ob ich damit vielleicht noch günstigere Klick-Anzeige-Klickpreise bekomme. Und das zeige ich dir jetzt einmal in meinem Facebook-Werbeanzeigen-Manager. So, jetzt sind wir hier einmal in meinem Facebook-Werbeanzeigen-Manager und hier habe ich jetzt, ich sage mal, die verbleibenden vier Werbeanzeigen. Ich habe vorher viel mehr gemacht, um quasi zu Split-Testen. Ich habe zwei verschiedene Bilder verwendet und das sind jetzt die vier, die übrig geblieben sind. So, jetzt zeige ich dir einmal, wie die Werbeanzeige aussieht. Hier habe ich ein Bild, die sieben Regeln für mehr Conversion, ein Vergleichsbild, eins ist quasi falsch, eins ist richtig, bezogen auf das Thema Conversion-Regel Nummer eins, also steuere die Aufmerksamkeit, also wo ist die Aufmerksamkeit, wo wird sie besser gesteuert? Natürlich in dem Bild, weil in dem Bild ist der Schirm grün, hier ist grün, das Kleid ist gelb und hier sind die Farben alle entsättigt und das Rot ist quasi dadurch extrem auffällig, auch weil es eine Komplementärfarbe von grün ist, also quasi die Farbe, die zu grün am meisten Kontrast hat. Und deshalb ist das hier richtig, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit zu steuern, also die Aufmerksamkeit auf den Schirm zu steuern. Und dann geht es an quasi um ein Gratis-E-Book, wo ich meine sieben Regeln für mehr Conversion niedergeschrieben habe. So, wenn jetzt jemand auf diese Anzeige klickt, dann gelangt er hier, also das ist die Opt-in-Seite, die erste Zielseite, das erste Ziel, derjenige kommt hier rein. Wenn er dann hier draufklickt, wird er mit dem Facebook Messenger verbunden, das heißt, ich sammle keine E-Mail-Adressen oder E-Mail-Leads im Grunde, sondern hier geht es wirklich um Messenger-Leads, also Personen, die dann in meiner Messenger-Liste sind und mit denen ich dann immer wieder über den Messenger kommunizieren kann. Und so sieht das Ganze dann aus. Diese Nachricht bekommt derjenige da, wenn er draufklickt. Er wird mit seinem Vornamen angesprochen und dann steht hier, hier kannst du das E-Book herunterladen. Natürlich könnte man auch jetzt dieses E-Book im Messenger selber einbauen, aber ich habe hier eine extra Seite, das heißt, wenn man hier draufklickt, gelangt derjenige zu einer Download-Seite. Und warum mache ich das? Ja, im Grunde, damit Facebook diese Seite hat, diese URL, die Facebook tracken kann als Ziel, als Conversion-Ziel. So, jetzt nochmal zurück zur Anzeige. Also wie gesagt, das ist die Anzeige. Hier habe ich jetzt verschiedene Split-Tests gemacht. Also ich habe hier zwei verschiedene Texte. Hier steht Gratis E-Book, die sieben Regeln für mehr Conversion. Hier steht im Text Gratis E-Book, die sieben, ist gleich. Ne, genau, hier oben der Text ist anders. Die sieben Regeln für mehr Conversion. Und dieser zweite Text hier unterscheidet sich etwas von dem anderen. Das heißt, das ist der Split-Test, den ich hier gemacht habe. Und ich habe auch einmal ein anderes Bild verwendet. Wobei die meisten Anzeigen mit dem Bild mit dem Schirm besser funktioniert haben. Also hier das gleiche Thema, das Auto. Die Aufmerksamkeit wird hier mehr auf dieses Fahrzeug gesteuert, dadurch, dass es sich mehr abhebt. Aber wie gesagt, diese Anzeige hat in der Regel besser funktioniert. Und jetzt ist es so, du siehst das hier in meiner Beschreibung. Einmal habe ich hier CD Rules Traffic. Also das ist die Kampagne, wo ich das Ziel Traffic genommen habe. Und einmal CD Rules Conversion. Also B2 für Bild 2 und Text 2. Und B1 für Bild 1 und T1 für Text 1. So, und jetzt sind diese Anzeigen, diese beiden hier, komplett identisch. Das heißt, das Bild ist gleich. Die Seite, wo die Personen landen, ist gleich. Der Text ist komplett gleich. Der einzige Unterschied bei diesen beiden Anzeigen ist, dass ich hier Traffic geschaltet habe, um zu sagen, okay, ich will möglichst viele Klicks haben, günstige Klickpreise, damit ich schnell die 100 Personen voll bekomme, aus denen ich dann eine Custom Audience und danach eine Lookalike Audience erstellen kann. Um möglichst früh dann Anzeigen schalten zu können, die relevanter für die Zielgruppe ist. So, und jetzt ist es so, dass ich hier, wie gesagt, dann so. Und bei dieser Anzeige eben, habe ich das Ziel Conversion genommen. Aber nicht so, wie es üblich ist, das Conversion-Ziel der Danke-Seite. Also, dass ich möglichst Facebook sage, okay, such mir die Personen aus, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Danke-Seite kommen, weil dadurch werden die Klickpreise ja teurer. Ich habe gesagt, mein Conversion-Ziel ist die Opt-in-Seite. Also, diese erste Seite. So, und jetzt ist es ja auch so, dass, wenn man mehr als 35 Conversions in einer Woche hat, Facebook ab 35 Conversions der Logarithmus quasi damit arbeiten kann und Facebook genug Informationen hat, um mehr relevante Personen auf diese Seite zu schicken. Das heißt, Facebook, der Logarithmus von Facebook optimiert deine Anzeige, sobald Facebook innerhalb von einer Woche, ja, ab 35 Personen, also ab 35 Mal das Ziel erreicht hat, das Conversion-Ziel. Und wie gesagt, wenn das Conversion-Ziel die Danke-Seite ist, dauert es natürlich viel länger. Und deshalb habe ich jetzt mal die Opt-in-Seite genommen. Und jetzt sieht man hier im direkten Vergleich, dass komischerweise diese Seite hier, also diese Kampagne sehr viel günstiger ist als die Traffic-Kampagne. Das heißt, ich zahle hier 19 Cent für jemanden, der auf meine Opt-in-Seite gekommen ist, also auf mein Ziel, als für die Link-Klicks. Link-Klick ist im Grunde genau das Gleiche. Jemand klickt auf den Link und landet auch auf meiner Conversion, auf meiner Opt-in-Seite. Aber hier ist der Lead viel, viel günstiger. Und auch hier bei den beiden, die sind ein bisschen teurer, aber auch da gewinnt quasi die Conversion-Anzeige gegen die Traffic-Anzeige. So, Relevanzbewertung ist jetzt auch bei denen hier gut. Hier ist die am allerbesten, hier ist die auf 9. Das ist eine Traffic-Anzeige, aber das ist mir im Grunde egal, weil es ist ja das Doppelte, was ich hier bezahle für jemanden, der auf diese Seite kommt. Und am Ende möchte ich ja möglichst schnell die 100 Personen voll haben, beziehungsweise die 35 Personen, weil Facebook ja ab da optimieren kann. Das heißt, wenn ich hier bei 35 bin, werden die Preise, die Klickpreise sowieso nochmal günstiger, weil Facebook in dem Moment schon optimieren kann. Und sich schon durch die Daten, die ich Facebook liefere, bessere Personen, also Personen aussuchen kann, die noch eher da noch auf den Link klicken, auf die Anzeige klicken, also Personen, für die meine Anzeige noch relevanter ist. Das bedeutet, die Traffic-Anzeigen, die werde ich jetzt einmal abstellen. So, weil am Ende die Conversion-Anzeige zwei Vorteile hat. Wie gesagt, sie ist günstiger und sie wird von Facebook optimiert, wenn man, wie gesagt, das Ziel, was man angegeben hat, mehr als 35 Mal innerhalb einer Woche erreicht. Wohingegen Traffic-Anzeigen, soweit ich weiß, nicht optimiert werden. Ja, wie gesagt, und das ist eine neue Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Vorher habe ich halt, wie gesagt, immer um den Audience-Aufbau zu starten, eine Traffic-Anzeige geschaltet. Jetzt habe ich ja durch den Split-Test herausgefunden, dass diese Anzeigen viel günstiger sind, wenn man als Conversion-Ziel quasi den ersten Step nimmt, also die Landingpage. Das Gute hierbei ist außerdem, dass man dadurch, dass man ja verschiedene Conversion-Ziele irgendwann mal eingegeben hat, werden die hier alle aufgeschrieben. Das heißt, ich habe hier auch eine Übersicht, okay, wie viele Leute haben denn trotzdem gedownloadet, auch wenn das jetzt nicht das Ziel war und Facebook jetzt nur Personen rausgesucht hat, die nach hoher Wahrscheinlichkeit klicken, nicht die, die sich eintragen, habe ich hier trotzdem Eintragung und ich habe meine ganzen anderen Ziele hier im Blick zum Beispiel. Und das ist immer das Schöne, deshalb liebe ich ja Messenger-Marketing im Vergleich zu E-Mail-Marketing, dass die Personen, die dann ja in meinem Chatbot drin sind, dass die ja auch neugierig sind und dann zum Beispiel in meinem Menü auf die Menüpunkte klicken. Und offensichtlich waren dann auch zwei Personen da, die sich dann eingetragen haben für meinen Premium Lead Magnets Messenger Workshop. Und hier ist das Ziel, das erste Video, das heißt Personen tragen sich ein, bekommen dann drei Tage lang jeden Tag ein Video. Und dieses Video ist ja auf einer externen Webseite und hier habe ich auch quasi das Ganze getrackt, das heißt ich sehe, okay, das sind die Personen, die dann auch auf dieser Seite waren. Und es haben sich drei Personen das erste Video von meinem Five Days Messenger Funnel angeguckt. Das ist ein weiterer Fünftages Funnel in dem Fall, also fünf Tage lang bekommen die User dann ein Video von mir. Und auch das habe ich in meinem Chatbot Menü und die Personen, die hier drüber reingekommen sind, die eigentlich sich nur das PDF downloaden wollten, waren aber dann neugierig und haben sich trotzdem für diese zwei Funnel eingeschrieben und das kann man hier halt sehr gut tracken. Und ja, nächsten Steps sind dann jetzt quasi der Audience Aufbau, damit ich mehr Leute habe, die auf meiner Landing Page waren. Natürlich weiß ich das jetzt erst, jetzt habe ich halt diesen Traffic Test gemacht, wo ich ja teilweise auch wirklich viel, viel bezahlt habe. Hier wird es jetzt günstiger, das heißt die 100 werden schneller voll, die Klickpreise werden günstiger. Die beiden lasse ich jetzt nochmal ein bisschen laufen, um das nochmal so ein bisschen abzuwarten, aber wahrscheinlich werde ich diese hier dann auch abschalten. Ja, und nachdem ich diese 100 Personen voll habe, schalte ich, erstelle ich dann aus der Custom Audience eine Lookalike Audience, habe dann hier eine Zielgruppe, die noch besser funktioniert, die noch wahrscheinlicher auf meine Anzeige klickt und dann werde ich als Conversion Ziel in der Anzeigengruppe als Conversion quasi die Danke-Seite oder beziehungsweise in meinem Fall die Download-Seite festlegen. Dass Facebook dann von diesen Personen, die ich ja schon dann rausgefunden habe, die sehr wahrscheinlich klicken, auch Facebook dann noch die Personen herausfindet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch, ja, sich eintragen und auf die Danke-Seite kommen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit auch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, ich habe selber erst jetzt gerade aktuell rausgefunden durch diesen Split-Test, dass das mit dem Conversion besser funktioniert als die Traffic-Anzeige und ich hoffe, ich konnte auch euch damit helfen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne eure Fragen in den Kommentaren schreiben und ganz wichtig, wenn ihr weiterhin solche Tipps, Tricks und Strategien von mir erfahren wollt, dann abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, um regelmäßig up-to-date zu sein. Also bis dahin, ich wünsche euch noch viel Erfolg, macht's gut, ciao! Sci-Fi 3 4 5 6 7 10